Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir auf dem Malentiefen. Ein wunderschöner Ort. Und heute machen wir eine Lattenchallenge. Ich gegen meinen Bruder. Und wir spielen hauptsächlich aus Spass. Und der Ball ist auch... Ja, ein Beachball. Hat ein Loch. Leider. Es macht euch Spass, dieses Video. Bleibt gerne bis zum Ende dran. Und let's go! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.